und damit herzlich willkommen zu einem neuen notruf 112 video viele von euch fragen ständig in den ganzen live streams und auch in den kommentaren unter meinen videos was sind eigentlich die system voraussetzung was brauche ich um notruf 112 spielen zu können das verrate ich euch in diesem video also zuerst braucht ihr natürlich ein betriebssystem hier steht jetzt in der system voraussetzungsliste dass man windows dafür benötigt ob es auch auf mac läuft weiß ich nicht also hier steht jetzt erst mal windows dazu braucht ihr mindestens windows vista und sonst könnt ihr auch auf windows 7 windows 8 windows 8.1 windows 10 auf 64 bit spielen ob es auch auf 32 bit läuft weiß ich nicht müsst ihr ausprobieren indem ihr euch die demo runterladet die dann bald verfügbar ist dann könnt ihr das mal ausprobieren außerdem bräuchte braucht ihr einen prozessor mit mindestens 2,8 gigahertz das so eigentlich so der standard rechner der hat so was arbeitsspeicher braucht ihr ab 4 gigabyte ram also ich habe jetzt zum beispiel 16 gigabyte ram okay ich habe auch einen gaming laptop aber so ein normaler pc hat meist so 4 gigabyte ram viele auch 8 gigabyte deswegen so viel solltet ihr schon einplanen freien festplattenspeicher braucht ihr mindestens 6 gigabyte das bedeutet wenn ihr keinen festplattenspeicher mehr haben solltet löscht mal ein paar urlaubsbilder oder zieht ihr euch auf den usb stick dann habt ihr auch genug festplattenspeicher um das spiel dann hinterher auch installieren zu können von steam aus und was ihr auch noch benötigt eine grafikkarte mit mindestens 1 gigabyte vr ram dort muss dann direct x 11 drauf sein also quasi so eine standard grafikkarte die jetzt schon ein bisschen besser ist aber jetzt nicht so eine ultra high end grafikkarte wie so eine geforce gtx titan x die könnt ihr zwar auch dafür benutzen aber das lohnt ja jetzt nicht eine grafikkarte für 1200 euro zu kaufen nur um ein simulator zu spielen ne also freunde ich denke bei den meisten wird das spiel laufen das seht ihr dann auch an der demo die müsst ihr euch dann einfach von steam runterladen genaues zur demo kommt dann noch sobald es halt draußen ist mache ich noch mal ein paar videos paar live streams wird cool wir testen alles was ihr wollt und ja ihr braucht außerdem übrigens eine internetverbindung und ein benutzerkonto bei steam weil das spiel wird über steam downloadbar sein genauso wie die demo von daher würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat und ihr mehr videos haben wollt dann lasst mal daumen nach oben da und smasht den abonnieren button smash ist irgendwie mein lieblingswort keine ahnung hat sich durch die live streams so angeeignet dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video macht's gut ciao